Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei GartenLive und wir starten das Spiel heute mal mit dem Ende des Tages. So Tag 72, ich habe einmal schon besser gesagt zwei Tage weiter gemacht. Oh danke, kein Regen. Und ich muss wirklich sagen, ich wollte nach dem gestrigen Part, ich wollte das Spiel in die Ecke feuern. Ganz ehrlich, ich hatte so gar keinen Bock mehr, die ganze Zeit hin und her zu latschen. Sorry für die Bildhänger gerade. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, gerade am Anfang. Ich hasse es, wenn das am Anfang passiert. Jedenfalls, ich wollte wirklich das Spiel in die Ecke pfeifen, weil dieses ständige hin und hergelaufen. Zwischen Blumen und Haus, das ist einfach, das geht mir so auf den Senkel. Weil man muss natürlich, ist klar, ich muss die Samen sammeln, ich muss die Blumen schneiden, ich muss ja auch Blumen sammeln. Wir haben ja auch einige Aufgaben hier, die wir erledigen müssen. Und die Tasche ist halt immer so super schnell voll, vor allem auch mit Laubhaufen. Ich habe nichts gegen die Laubhaufen, weil die bringen uns ein gutes Geld. Aber es ist halt wirklich konstant hin und her. Ich bin mal gespannt, wie lange ich es noch durchhalte. Ich möchte mich jetzt auf jeden Fall mal darauf konzentrieren, dass wir tatsächlich die Quests erfüllen. Und zwar eine nach der anderen auch angehen. So, wir brauchen Iris in schwarz. Habe ich denn, jetzt muss ich wieder überlegen. Funkie, Iris, ja, das ist Iris. Schauen wir mal, was wir davon haben. Weil ich mache das jetzt nämlich so. Und zwar, ich habe keinen Plan, wie ich dieses Gewächshaus hier gestalten soll. Ich habe wirklich null Ahnung. Weil das ist ja im Grunde kein Platz da. Ich werde jetzt das Gewächshaus hier dazu hernehmen, um die Pflanzen anzusetzen, die wir für die Quests brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Iris schwarz 20 Schnitte brauche und ich habe sie nicht, dann werde ich Iris schwarz, wenn ich die Samen habe davon, werde ich das gleich mal hinpflanzen. So, ihr seid... Ein paar Samen sind da, ne? Dann tu mal das nach oben, bitte. Und tu mal hier die Samen einsammeln, weil wir brauchen nämlich für die eine Quest... Ähm, wo bist du? Hier. Wir müssen 30 Mal Narzisse Weiß besitzen. Also 30 Mal muss ich die eingepflanzt haben. Insofern habe ich die jetzt ja dann einfach nur hier platziert und fertig. Hauptsache, ich habe die Dinger hier drin und kann diese Quest abschließen. Die werden dann auch später einfach wieder weggeschnitten und weggeschmissen, sozusagen. So, passt. Dann werde ich hier nochmal den Superdünger draufhauen. Dass wir da auch dann gleich wieder Samen rauskriegen. Umso schneller habe ich nämlich dann auch dieses ganze Zeug eingepflanzt. So, passt. So, das ist ja die eine Quest hier, ne? Also 10 Stück fehlen uns noch. Wenn ich jetzt hier nochmal bei jeder Blume einen Samen rausbekomme, dann haben wir die schnell erledigt und dann kann ich die auch wegschmeißen. So, dann hier die Narzissen... Ne, Quatsch. Das sind die Lilien, ne? Boah, ich muss euch wegschneiden. Lilie Weiß, genau. Wir sollen 30 Lilien Weiß brauchen wir. Und zwar für... Sind da Blüten drauf? Ne. Und zwar für diese Sonderdinger da am Marktplatz. Da brauchen wir 30 von diesen Lilien in Weiß. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe hier 9 Stück. 3 mal Samen. Dann würde ich sagen, haue ich mal schnell noch die Samen hier mit rein. Warum bist du jetzt schon wieder aus? Ich weiß nicht, warum diese Sprenkler wieder ausgehen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das nervt, dass die Sprenkler ausgehen. Weil hier die Pflanzen, die werden ja nicht gegossen. Obwohl, die sind gegossen. Warum sind jetzt die gegossen? Weil der Sprenkler, der läuft. Ja, ist okay. Ist okay. Manche laufen, manche laufen nicht. Der da läuft... Hier anscheinend nicht. Weil die da hinten hat kein Wasser gehabt. Die haben auch kein Wasser. Ihr müsstet Wasser haben, weil da da hinten der Sprenkler steht. Den da habe ich da vorne hingestellt. Der läuft. Die sind nicht gegossen. Warum seid ihr jetzt nicht gegossen? Steht da hinten ein Sprenkler? Ne, keine Ahnung. Da, die sind auch nicht gegossen. Aber der Sprenkler läuft ja. Der Sprenkler läuft auch. Sprenkler, Sprenkler. So, dann hier. Diese brauchen wir. Und zwar ist das eine Quest... Die Tulpe. Tulpe Candy Club. Brauchen wir 20 Schnitte. So, von daher habe ich die dann hier eingepflanzt. Das lasse ich jetzt auch noch. Das tue ich nicht umpflanzen. Ihr seid schon gegossen. Seid ihr noch die Candy? Ich weiß jetzt gar nicht. Tulpenwild. Achso, das sind diese weißlichen da. Ähm... Die hier? Ne. Die hier. Okay. Macht nix. Können wir reinschmeißen. Warte mal, was hast du jetzt da? Eine wilde. Stimmt das überhaupt? Tulpe Candy Club. Genau. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. So. Einmal ganz hinter. Einmal das Zeug raus. Dann blättern wir mal zurück bis zur Tulpe. Äh, Candy Club. Wie viel haben wir denn da? 18. Ah, gut. Gut. 25. Ja, ist in Ordnung. Dann können wir die dann gleich rausnehmen. Man weiß. Aber erstmal gucken noch, ob ich das andere auch alles habe. Was habe ich jetzt da? Iris. 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 Oh, Lilie. Da ist Iris. Lilie. Lilie weiß. Raus damit. Und schauen wir mal, was wir noch brauchen. Ähm... Lilie wild brauchen wir. Lilie... Lilie wild. Aber 20 Stück brauchen wir da, ne? Tun wir einfach mal hier Samen raus. Ich hätte das wieder anders machen sollen. So, weil wir können dann nämlich die... die hier rausschmeißen... die hier rausschmeißen. So. Und ähm... die Lilie wild... die tun wir jetzt... ganz egal wo rein. Irgendwo rein. da wo halt dann gerade Platz ist. So. Wird gegossen. Die brauche ich euch gar nicht gießen. Ach, die brauche ich gar nicht gießen oder wie? Weil das hier automatisch gemacht wird oder so? Das kann sein. Naja, gut. Dann tue ich mal die Tulpen weg. Und hol... Moment. Äh... Ne. Ich tue jetzt mal nicht weg. Ich tue mal den Schnellwuchsdünger schnell mit raus. Ich weiß nicht, wie schnell die wachsen, aber... Hauptsache sie wachsen schnell. Dann haben wir nämlich die auch. Dann können wir die auch wieder rausschmeißen. So. Ne. Ich... Ich tue die jetzt weg. Die Tulpen. Ne. Man muss vorblättern. Das ist halt dann auch immer dieses ständige hier durchblättern. Habe ich? Ja. Okay. So. Wir können... 20 Stück brauche ich mehr davon, ne? So. Die tun wir uns mal raus. Hier kommen nach oben, hier kommen nach unten. Also 20 Tulpen Candy und 20 Schnitte einer Liliewild. So. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch auf die wilden Lilien warten. Und normalerweise wachsen die ja echt schnell, ne? Wenn die mal mit dem Dünger versehen sind. Aber ist okay. Schauen wir mal, ob ich... Äh... Funke... Jasmin... Ihr seid... Äh... Doch. Stimmt schon, ne? Also... Lilie. Genau. Lilie. Lilie, 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 Lilie. Eine, ähm, habe ich hier noch mit dazu bekommen. Also eine fehlt nur noch. Dann würde ich sagen, tun wir mal... Hier nochmal den Samendünger mit drauf. Das wird die noch zusammen bekommen. So. Ähm... Liliewild. Ah, schön, 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 schön. Wachst, wachst, wachst. Und schnell, schnell, schnell. Muss noch ein bisschen den Dünger hier drauf tun. Weil ich brauche ja eine Blüte. Ich brauche nicht nur den Stiel bitte. Ich brauche auch die Blüte bitte. So. Und da brauchen wir... Was habe ich gesagt? Auch 20, ne? Schnitte, Liliewild. So. Lilie gelb. Lilie blass. Liliewild. Hier. Zack. Einmal hier rüber. Dann tun wir mal die anderen Lilien... hier rein. Lilie rot. Lilie gelb. Blass rosa. Weiß. Warte mal, blass rosa. Ist das schon voll? Ähm... Dunkel rosa. Achso, das ist jetzt die neue. Ja, okay. Dann kommst du da her. Dann weiß. Dunkel rosa. Dunkel rosa. Lilie wild. So. Da brauchen wir ja nur noch die... Obwohl, die haben wir ja, ne? Äh... Dann nehme ich mal noch... Ne, warte mal. Wir machen da einen Tausch. Wir machen das so rum. Weil wir bauen ja gerade hinten die... die Lilien an. Dann hoffentlich haben wir die dann auch gleich. Hier musste ich auch rum gestalten. Das hat mich... Ich kam nicht an diese dummen Pflanzen ran da hinten. Ähm... Dann habe ich aus Versehen die Schaufel... Man kann ja die Schaufel, wenn es dumm läuft... Kann ich ja platzieren, ne? Und ähm... Ich habe das einfach nur mit Rechtsklick gemacht. Und dann hatte ich diese Schaufel hier mitten in der Luft. Und durch diese ganzen... Ähm... Ähm... Na... Durch diese Zimmer-Aranien... Ähm... Kam ich nicht mehr an die Schaufel ran. Und ich kam auch nicht zum Schneiden dran. Also habe ich alle fünf raus. Und habe jetzt nur noch mal die drei Farben hier rein. So... Dann... Jawohl... Wir können euch schneiden. Das ist doch supi... Supi dupi... Und gleich wieder raus damit. So... Dann können wir die eine Quest schon mal abgeben. Diese eine Aufgabe... So... Und zwar... Die hier... Dankeschön... Weg damit! Dann gehen wir noch mal zur Lilie... Lilie wild... Lilie wild... Lilie wild... Okay... Gut... Letzte Seite... Unkraut rein... Das einmal rein... So... Nächste Aufgabe anschauen... Hier... Zimmer-Aralie wild... Genau... 500 Schnitte... 500 Schnitte... Ich habe jetzt hier extra... Die... Zimmer-Aralien... Hier... Aufgehoben... Und ich hoffe mal... Dass wenn ich jetzt die anderen abschneide... Dass wir dann die 500 haben... Ähm... Das müsstest du sein... Nein... Das war es nicht du... Äh... Du... 500 Schnitte... Zimmer... Ne... Die habe ich nicht... Ne... 372... Habe ich... Okay... Das heißt... Das braucht auch noch ein bisschen... Halt... Warte... Tu erstmal das dann noch raus... Hier... So... Einmal die hier... Und ihr kommt dann einfach hier rein... Zack... So wie ihr kommt... Ganz egal... So... Also... Da brauchen wir noch... Dann gucken wir mal hier... Schnitte einer Iris-Schwarz... 20 Stück... Iris-Schwarz... Haben wir nicht... Also... Nehmen wir uns mal die Samen raus... Äh... Gleich alle drei... So... Wie groß seid ihr... Sehr groß... Bei mir ist es auch ganz egal... In welchem Topf die drin sind... So... Jetzt muss ich da nochmal gucken... Kann ich... Muss ich euch jetzt gießen oder nicht? Na... Ich muss die nicht gießen... Ne... Da... Weil... Da sind so... So Sprengler... Genau... Ist okay... Dann machen wir jetzt den... Schnelldünger drauf... Wunderbar... So... Dann ist das nächste... Wilder Mohn... Wilder Mohn... Wilder Mohn... Wilder Mohn... Wilder Mohn... 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 Mohnwild... Mohnwild... Hier... Davon brauchen wir 20 Stück... Ich mache es jetzt mal so... Dass ich... Den einen da oben drin lasse... Die anderen lasse ich einstecken... Ähm... Narzisse Weiß... Ich glaube... Die habe ich... Habe ich eingepflanzt... Ja... Aber... Moment... Wir machen das auch wieder... So... Und dann fehlen jetzt halt nur noch die Iris Schwarz... Okay... Wunderbar... Jawohl... Moment... Dann mache ich das jetzt nämlich anders... Dann kommt ihr zwei nach oben... Dann sammeln wir mal hier die... Samen ein... Sind das 10 Stück? 12 sogar! Ja... Dankeschön! Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Jawohl... Dankeschön... Und gleich wieder raus damit... Ja... Ihr braucht gar nicht wachsen... So... Die schneiden wir allerdings... Und ich würde die jetzt halt auch noch drin lassen... Weil die... Diesen... Samendünger drauf haben... Vielleicht schmeißen sie ja nochmal einen Samen raus... Am nächsten Tag... Und dann tue ich sie weg... Naja... Komm... Eigentlich tue ich sie gleich weg... Ich habe die ja wirklich nur hingepflanzt... Dass wir... Diese Quest weg haben... Und Geld ist mit Sicherheit hier nicht das Problem... So... Ich verkaufe auch definitiv keine Samen... Weil wenn da solche Quests kommen... Dann behalte ich das lieber... So... Narzissen... Narzisse... Weiß... Du kommst da oben rein... Oh... Narzisse... Moment... Gehe auf die letzte Seite... So... Dann hoffe ich jetzt mal... Dass die noch gewachsen sind... Im Gewächshaus... Jawohl... Dankeschön... So... Haben wir genug? Ne... Hä... Stimmt das jetzt eigentlich? Doch ja... Iris schwarz... 20 Stück... Gut... Dann wachst ihr mal noch bis zum nächsten Tag... Ich schau mal nur ganz kurz durch... Ob hier noch... Ob ich da irgendwas übersehen habe... Aber normalerweise... Sollten weder Insekten da sein... Noch irgendwas anderes... Ah ja... Euch wollte ich noch schneiden... Weil Euch brauche ich nämlich für die... Äh... Für die... Äh... Für den Marktplatz... Was war denn mit Euch nochmal? Warum habe ich mich Euch eigentlich hier reingepflamst? Halt warte... Schau mal da rein... Was warst du? Lilje Dunkelrosa... Die brauche ich gar nicht mehr... Raus damit... Oder brauche ich die Lilje Dunkelrosa? Ne... Ich brauche... Rosa... Rose... Rosa... Aber die haben wir immer noch nicht... So... Jetzt darfst Du bloß nicht die Sachen raustun... Die Du jetzt für die... Quest brauchst... Ähm... Moment... Warte mal... Tu mal... Die Pflanzen für die... Quest... Tu die mal hier hin... An die letzte Stelle... Achso... Habe ich gar nicht mehr... Ja gut... Dann komm... Schmeiß einfach da rein... So... Was habe ich jetzt da? Lilien... Lilien... Ähm... Lilie Weiß... Weiß... Dunkelrosa... Und... Dunkelrosa... Jawoll... Halt... Hatte ich nicht... Iris Schwarz... Jetzt bin ich schon so durcheinander wieder... Ähm... Ne... Das reicht noch nicht... Dann lass ich das mal drin... Ähm... Wir schauen mal ganz kurz noch da drüben... Irgendwelche neuen Samen... Ich glaube nicht... Hatte ich nicht noch irgendwie eine Quest gebraucht mit... Hier sind nur noch die zwei... Okay... 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 Ne... Dann ist... Dann ist es mir egal... Dann gehe ich jetzt einfach mal nach Hause... Nächster Tag... So... Ich hätte doch den Schnelldünger einstecken lassen sollen... Halt... Warte mal... Tu mal erst das Unkraut raus... Dann nehmen wir uns noch mal den Schnelldünger raus... Und schauen mal ins Gewächshaus... Wenn alle gewachsen sind... Jawoll... Schneiden wir sie ab... Und würdeln sie aus... So... So... War da hinten noch was drin? Ne... Da war nix mehr... Nix mehr... So... Irgendwie ruckelt das Spiel gerade... Nein! Jetzt fehlen da noch zwei Stück. So. Einmal, zweimal. Gut, dann kannst du die Samen gleich wieder rein tun. Dester wieder raus tun. So, dann haben wir das da abgeschlossen. Und jetzt fehlt noch die Zimmerralie. Ich tu mal da den Schnellwachsdünger drauf. So, dass du zügig wächst. So, Rose, Rosa. Tu das mal leer machen hier. Wir haben hier noch keine neuen Samen. Okay, ich schnappe mir jetzt mal den Samenbeutel, dass wir mal nur das von den Rosen einsammeln. Vielleicht ist ja doch eine versteckt hier. Nein! Ihr werdet gegossen, ne? Hier fehlt uns auch nur noch ein einziger Samen. Raus damit. Raus damit. Jetzt können wir dann die anderen Sachen auch rausschmeißen. Jetzt müssen wir erst einmal die Rosen. So. Rose rot. Orange. Schwarz. Nila. Weiß. So. Und dann haben wir noch Narzisse und Mohn. Narzisse weiß. Und Mohn wild. So. Gut. Ja, und ich kann dieses eine Ding nicht machen am Marktplatz. weil ich eben die rosa Rosen brauche. Insofern schnappen wir uns jetzt nochmal hier den Dünger und hauen den nochmal bei den Rosen drauf. Es kann ja nicht sein, dass das so lange dauert, bis ich die kriege, ne? So. Gib mir Samen, gib mir Samen, gib mir Samen. Ähm. So. Gut. Also das ist jetzt ja quasi das mit den Zimmeraralien. Ähm. Na? Okay, das reicht auch noch nicht. Ups. 100, 200, 300, 400. 400, 430, 500 brauchen wir. Also warten wir da nochmal ganz kurz. Schauen wir mal in den Briefkasten, was es da wieder für neue Quest gibt. Wohngelb, Sonnenblume, Dunkelrot und Funkierweiß. Okay. Ähm. Schauen wir nach. Schauen wir nach. Ähm. Was war Sonnenblume Rot? Ok. Machen wir mal eins an den anderen. Mondgelb. Mondorange. Mondgelb. Mondgelb. Dann haben wir Sonnenblume Dunkelrot. Da habe ich jetzt nur 15. Also einmal raus mit den Samen. und dann brauchen wir Funkierweiß. Funkierweiß. Oh Gott. Nehme ich auch mit. Dann pflanzen wir das jetzt ja da hinten wieder ein. Ja. Weil dann mal die Sonnenblumen sind ja eigentlich nur recht hoch. Da können wir auch drei rein machen, weil da kommen wir von beiden Seiten ran. Dann haben wir noch vier Stück. Wunderbar. Und dann noch die Funkierweiß. Die tun wir jetzt halt in die großen Dinger hier rein. Gut. Dann warten wir drauf, dass das Zeug wächst. Euch kann ich jetzt halt eigentlich raus tun. Weil Lilien ist halt Lilien, ne? Lilienweiß. Genau. Lilienweiß haben wir jetzt halt genug. Wunderbar. Nicht damit. Gut. Hauptsache wir haben die schon mal da. Die können wir eigentlich auch gleich dran setzen im Grunde. Schnitte an der Lilie und Mohn-Lilie. So. Lilienweiß. Dann nehmen wir einfach mal raus. Die können wir wieder rein tun. Dann ist das gleich. Nein. Verdammt. Äh. Geh wieder zurück auf die erste. Mond. So. Mondgelb. Mondgelb. rein damit. Dann gehen wir halt einmal ganz kurz zum Marktplatz. Und tun mal hier an das eine Ding sie die Lilien dran schmeißen. Zack. Dann sind die nämlich schon mal da. Dann brauchen wir nur noch die rosa Rosen. Die anderen Dinger kann ich nicht machen. Also ich kann hier nichts machen. Ich muss die glaube ich erst hier in der Mitte erstmal abschließen. Hier auch. also dieses Ding hier. Das geht erst Statue klein. Wahrscheinlich erst wenn ich das dritte hier abgeschlossen habe. Deswegen hoffe ich ja so sehr, dass ich jetzt endlich diese rosa Rose bekomme. Dann haben wir da noch Geld drin. Ne haben wir nicht. Gehen wir mal zurück. Und dann schauen wir nochmal bei den Rosen vorbei zum Schluss. Ne da müssen wir noch ein wenig warten. Also es sind noch keine da. Aber Gedingst haben wir sie hier gedüngt. Mit dem Samendünger. Schauen wir einfach mal ob es beim nächsten Mal klappt. Genau. Dann hätten wir nämlich. Dann sollten wir die Zimmeraralie abschließen können. Und mal gucken ob wir das dann abschließen können. Alles klar. Dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen ein Abo dazulassen. Dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Oder was auch immer. Macht's gut. Ciao.